Die Gelehrte von Wissenschaft haben jetzt gefunden, mehr als tausend Informationen von Wissenschaft sind geschrieben in den Koran, mehr als tausend vierhundert Jahre vorher. Das bedeutet, dass niemand ein Buch wie den Koran machen konnte, zum Beispiel die Theorie von Big Bang, viele Millionen Jahre vorher, die Sonne, der Mond und die Erde waren einfach Einheit, waren zusammen und nachher war eine große Exposition, sie waren separatet nachher und die erste Zähle ist gemacht vom Wasser und da steht im Koran, es geschrieben ist, haben die Unglaubigen nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde eine Einheit waren, die wir dann zerteilen und wir machten aus dem Wasser alles Lebendige, wollen sie dann nicht glauben und wir bedeutet Gott, weil auf Arabisch wir ist einfach für die Respekte. Allah Allahu akbar Allahu akbar Aşhedü an la ilahe illallah Aşhedü an la ilahe illallah Aşhedü an la ilahe illallah Aşhedü an la muhammedan rasulullah Aşhedü an la ilahe illallah 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 Aşhedü an la ilahe illallah